Am 11. Juni 2015 wird Dr. Werner Freistädter im Wiener Neustädter Dom zum Militärbischof geweiht. Der apostolische Nunzius Erzbischof Peter Stephan Zurbrigen zelebriert den Festgottesdienst. Der Bischofsweihe wohnen Kardinal Schönborn, Bundesminister Klug, Landeshauptmann Pröll, Generalstabschef Kommender und viele andere Würdenträger bei. Gott hat dir Anteil gegeben am Hohen Priestertum Christi. Er salbe dich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nach der Salbung des Hauptes wird dem neu geweihten Bischof das Evangeliar überreicht. Auch Ring, Mitra und Hirtenstab werden ihm übergeben. Werner Freistädter folgt als dritter Militärbischof in Österreich Christian Werner nach. Der Bischofsstab aus rotem und weißem Holz erinnert in seinem oberen Teil an das Hoheitszeichen des österreichischen Bundesheeres. Im Rahmen der Feierlichkeit zur Bischofsweihe überreicht Bundesminister Klug das Beförderungsdekret. Zu Ehren des neuen Militärbischofs findet vor dem Dom ein militärischer Festakt statt. Der Bischofs